Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Disney Dezember Haul 2019. Bevor ich mit dem Haul beginne, wünsche ich euch erstmal ein gesundes und fröhliches neues Jahr 2020. Vielen Dank fürs Einschalten letztes Jahr, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Abonnieren, wenn ihr neu dazugestoßen seid. Also erstmal vielen, vielen Dank. So und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Dezember Haul. Es ist irgendwie wieder einiges dazugekommen und es sind auch Weihnachtsgeschenke dabei, die ich von anderen geschenkt bekommen habe. Also ich würde sagen, wir starten. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich auf Mallorca Anfang des Monats, also im Dezember, auf Kreuzfahrt. Längere Geschichte. Auf jeden Fall haben wir das komplette Reisegeld ja zurückerstattet bekommen und meine Mutter dann so, yay, los, wir gehen shoppen. Und da hat sie mir auch schöne Sachen gekauft bei Disigual. Die hatten auch dann Rabatte, weil es Black Friday oder Black Week war. Dann habe ich mir einmal hier diesen Donald Pullover gegönnt. Und der ist auch ganz tricky mit der, da unten kommt so eine Bluse raus. Ich finde den super schön. Hinten habt ihr nochmal Donalds. Ihr seht ihn ja auch angezogen. Und ich finde ihn wirklich richtig schick, vor allem mit der Bluse unten. Und den Preis, den habe ich jetzt nicht mehr dran, aber ich glaube, es war 80 Euro und dann gab es nochmal, glaube ich, 10% auf die Disney Sachen. Ich finde das total toll. Ich habe auch nicht so viele Donalds Sachen bisher. Und dazu gab es passend diese Schuhe, Sneaker mit Donald an der Seite. Und die waren für Donalds 85. Geburtstag und die haben 76 Euro gekostet. Und da gab es dann auch, glaube ich, noch 10% drauf. Aber da wir ja den kompletten Reisepreis erstattet bekommen haben, ist es ja in Ordnung im Prinzip. Genau, so sehen die aus. Ich finde die richtig schick. Und das sind meine ersten Donald-Schuhe. Und dann noch das dritte Teil, welches ich mir dort gegönnt habe, also ich, meine Mama mir gegönnt hat, ist dieses T-Shirt. Das hat 40 Euro gekostet und da ist irgendwie ein orangener Punkt drauf. Da war ein blauer. Ich weiß, es kann auch sein, dass blau mehr war. Auf jeden Fall Originalpreis auf 40 Euro. Ist dieses coole Retro Mickey-Shirt. Hinten noch nochmal so ein paar Mickey-Mickys. Also so Hände und Hosen und Schuhe, aber nicht der Kopf. Ich finde es irgendwie total cool und es ist irgendwie voll retro und es ist irgendwie schief geschnitten hier unten. Moment. Genau, da ist es so schief geschnitten. Ist mal was anderes. Also ich suche hier mal jetzt, ich habe ja schon irgendwie, keine Ahnung, gefühlt Millionen-T-Shirts von Disney. Deswegen suche ich wirklich nach besonderen Sachen oder extravaganten Sachen. So die von Primark oder so kaufe ich mir gar nicht mehr. Ja, apropos Primark. Machen wir weiter mit Primark. Die liebe Britta, ja, ich weiß die wieder selbst nicht im Primark. Die liebe Britta hat wieder für mich eingekauft. Und ja, zeige ich euch erstmal mein Highlight. Und zwar sind das diese Bäumchen. Ich finde die so cool. Also komm bitte, sagt mir nicht, dass die nicht cool sind. Ich bin ja, als ich die gesehen habe, dachte ich, boah, ich brauche diese Bäumchen. Vor allem, wie kannst du dir das ganze Jahr irgendwo hinstellen. Die sind so cool. Sieht halt aus wie ein Buchsbaum. Ist dann natürlich künstlich. Und einer davon hat 10 Euro gekostet. Und ich liebe sie einfach. Die sind so schön. Ja, vielen Dank Britta, dass du die ergattert hast. Dann hat sie mir noch, Moment, dann hat sie mir noch diese Olaf Lichterkette gekauft für 3,50 Euro. Bei uns gab es irgendwie gar nichts mit Olaf. Dann hat sie mir noch ganz viele Zipbeutel dazu gelegt von Frozen. Ganz witzig. So, ja, halt Zipbeutel. Mit Frozen Design. Ich weiß nicht, woher sie sie hat. Kannst ja unten mal kommentieren, Britta, wo du die her hast. Und dann hat sie mir noch diese Olaf Decke mitgebracht. Für 8 Euro. Ich packe sie jetzt auch mal gleich aus und zeige sie euch. So sieht sie aus. Überall Olaf drauf. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht so Weihnachten. Das kann man jetzt auch im Winter gut auf der Couch liegen haben. Und ja, Olaf geht ja immer. Wie man schon an meinem Pullover sehen kann. Ich finde, es passt auch sehr gut zu den Ohren. Apropos Olaf. Wann war das? Im Oktober, glaube ich, kam schon so eine Preview für Shop Disney. Und da haben sie diesen Olaf Rucksack gezeigt. Das Problem war irgendwie, irgendwie kam dann zu Shop Disney. Ich weiß nicht, ob es den jetzt mittlerweile gibt. Aber ich habe meinen von EMP. Ich packe euch unten auch die Links noch zu allen Produkten, die ich online gekauft habe, die es noch gibt. Und schaut euch diesen Olaf Rucksack an. Die Arme kann man bewegen. Hallo, ich bin Olaf. Ich liebe Umarmungen. Und den Sommer. Ja. Also ich habe mich wirklich, ich war unsicher, weil es ein Launchfly Rucksack ist. Und die Launchfly Rucksäcke sind ja immer relativ klein. Aber der hier fällt etwas größer aus. Und es passt wirklich einiges rein. Ich hätte ihn jetzt auch einmal im Disneyland dabei. Und ja, wenn ich jetzt mich nicht fünfmal umziehe am Tag oder, weiß nicht, eine ganze Tüte Snacks mitnehme, passt das Wichtigste rein. Und ich finde ihn einfach so zuckerzuckersüß. Und der hat, ich glaube, original kostet der 80 oder, ich glaube, 80 Euro. Aber bei EMP gab es dann vor Weihnachten etliche Rabatte. Und ich habe, glaube ich, 20 Prozent weniger bezahlt. Ja. Und ich liebe ihn einfach. Ja. Bleiben wir bei EMP. Da habe ich mir noch, das ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen, weil das ein Zweiteiler ist. Und zwar ist das einmal, das zieht man drunter an. Das ist so, das kann man auch einzeln anziehen. Das ist so ein Träger. Top. Das habe ich übrigens bei der Nadine das erste Mal gesehen. War wirklich begeistert. Fand es richtig schick. Also so. Und dann zieht man diesen Pullover hier drüber. Ihr seht jetzt ja beim Try-On, wie man das trägt. Und den zieht man dann drüber. So. Genau. Hier ist eine Minischleife. Und hinten steht auch nochmal Mini. Also es ist wirklich sehr dezent gehalten. Hier sind halt noch Mini-Köpfe drauf und Punkte. Aber es ist wirklich ein dezentes Oberteil. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schick. Jetzt muss ich kurz den Preis nachschauen online. Der Ursprungspreis war 60 Euro. Aber ich habe auch wieder bei EMP zugeschlagen. Und ich habe, glaube ich, 20 oder sogar noch mehr Prozente auf das tolle Teil bekommen. Dann musste ich bei diesem Funko zuschlagen. Es ist der Maleficent Funko zu dem neuen Maleficent Film. Also neu. Der im Oktober, glaube ich, rauskam. Und der war ja sehr schnell vergriffen. Und dann gab es ihn wieder, glaube ich, bei EMP. Und dann war er aber wieder vergriffen bei EMP. Dann habe ich ihn jetzt bei Amazon gestellt gehabt. Weil ich ihn unbedingt haben wollte. Und ich finde, er sieht mega schick aus. Ich muss ja vor ein Bild machen vor dem Schloss. Ich glaube, den nehme ich im Januar jetzt mit. Also ich finde, ich blende auch nochmal ein Bild ein in groß. Aber ich finde, die sieht mega cool aus. Und die hat, glaube ich, 14 oder 15 Euro gekostet. Ist ja immer unterschiedlich. Kommt drauf an, wo man die kauft. Aber die Funkos kosten ja alle im Schnitt gleich. Außer die Lebensgröße Funkos. Genau, jetzt kommt noch Zara, Disneyland. Und dann kommen die Weihnachtsgeschenke zum Schluss. Einmal, was ich Debbie gekauft habe. Was ich mir doppelt gekauft habe. Und was ich auch geschenkt bekommen habe. Aber machen wir weiter mit meinem kleinen Zara-Einkauf. Und zwar einmal Schuhe. Ich liebe ja Zara-Schuhe. Weil die eben aus der Kinderabteilung sind. Und die immer relativ günstig sind. Die haben jetzt 25 Euro gekostet. Und die haben hier diese verschiedenen Mickeys über die verschiedenen Jahrzehnte in verschiedenen Styles. Also früher eben in Schwarz-Weiß. Mickey Sorcerer, also als Zauberer. Steamboat Willie. Also wirklich richtig cool. Und hier an der Seite steht noch Mickey Maus. Und in der Kinderabteilung ist ja so, die produzieren die Größe bis 39, wo auch immer. Und ich habe ja Schuhgröße 38. Deswegen passen die mir immer perfekt. Und mittlerweile kaufe ich, also wenn es Disney-Schuhe gibt von Zara, hier ist übrigens eine rote Sohle, kaufe ich die, weil die eigentlich, also günstig sind, bequem. Und bisher haben alle noch bei mir überlebt. Also von der Qualität auch in Ordnung. Man muss halt immer das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Aber ich bin richtig verliebt in das Muster und in die Optik und ja. Und das zweite Teil, was ich mir bei Zara gekauft habe, ist dieser Strickpullover. Er ist Oversize geschnitten. Hat überall Mickey in so einem Oldschool-Look. Hier vorne glitzert sogar Mickey ein bisschen. Ihr seht es auch beim Try-On. Ist jetzt schwierig zu zeigen, wie er sitzt. Und ich habe ihm hier ein S gekauft, weil er wirklich sehr groß ausfällt. Und er hat 50 Euro gekostet. Aber ich finde, das ist halt wieder so ein anderer Style. So ein bisschen coolerer Style. Und ja, ich suche ja immer Sachen, die anders sind mittlerweile von Disney, die jetzt nicht so Hoodies und T-Shirts und so. Davon habe ich jetzt wirklich genug. Eigentlich habe ich auch von Spirit-Jerseys schon genug, aber gleich kommen auch mal zwei. Aber es ist so irgendwie, bei Spirit-Jerseys und Oren ist das irgendwie so eine Sammelleidenschaft. Davon kann man irgendwie nie genug haben. Genau. Der erste, na okay, das war der zweite eigentlich in dem Monat, den ich mir gekauft habe, aber den ersten, den ich euch jetzt zeige, ist dieser Star Wars Spirit-Jersey. Und zu den Sachen, ich habe entweder 20 oder 30% darauf bekommen, weil ich am Anfang des Monats, nee, Mitte des Monats war es, da gab es das Annual Pass Event. Wenn es euch interessiert, schaut bei dem i vorbei. Das war wirklich ein tolles, tolles Event. Und da gab es dann an Wochenende 30% für Jahreskarteninhaber. Und ansonsten habe ich immer 20%. Also, einmal hier dieser coole Star Wars The Rise of Skywalker Spirit-Jersey. Den gibt es ja auch schon länger. Und ich fand den wirklich, von der Optik auf Bildern, sieht der wirklich cool aus mit diesen Sternen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich bin der Non-Plus-Ultra-Star-Wars-Fan. Ich kenne die Star Wars-Filme. Ich habe sie gesehen. Ich habe auch den neuen schon gesehen. Ich bin ja ein Riesen-Fan von The Mandalorian, muss ich dazu sagen. Baby Yoda hat mein Herz zum Schmelzen gebracht. Und ich habe mir auch schon irgendwie alles von Baby Yoda vorbestellt, was ging. Und vielleicht kommt im nächsten Monat, in dem nächsten Haul noch was Neues von Baby Yoda, wenn der Florian erfolgreich war in Kalifornien. Mal schauen. Aber Baby Yoda hat mein Herz erfreut. Ich bin so ein Baby Yoda-Fan. Ich blende euch mal ein Bild an, damit ihr wisst, wovon ich rede. Vielleicht kennen noch nicht alle Baby Yoda. Und eigentlich ist das auch nicht sein offizieller Name. Eigentlich heißt er nur The Child, also das Kind. Aber da er aussieht wie Yoda, nur in als Baby, nennen den alle Baby Yoda. Genau. Also zurück zum Spirit-Jersey. Die kosten ja alle 60 Euro. Und ich habe mir den dann doch gegönnt. Ich dachte, für die neue Star Wars-Season ab Januar, wo ich dann auch bin, kann ich den gut tragen. Und auf Bildern sieht der wirklich schick aus. Was ich nicht so toll finde, ist hier dieses vorne, diese Lichtschwerter, die sich kreuzen. Aber hinten, das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und ja, dann habe ich halt ein Star Wars Spirit-Jersey und kann ich ihn dann immer anziehen, wenn ich irgendwas für Star Wars brauche. Dann habe ich bei 30% zugeschlagen und zwar habe ich einmal mir diesen Ring gekauft. Ich blende euch ein Foto, ein besseres Foto hier ein. Ich glaube, der hat 40 Euro gekostet, der Ring. Und dann habe ich mir noch passende Ohrringe dazu gekauft. Also passen die jetzt nicht genau, oder? Ne, es ist, doch, es ist Mini. Also, wieder ein Foto. Ich zeige es euch nur hier so. Passende Mini-Ohrringe, so eine Art Kreolen. Ich finde die sehr, sehr schick. Und die haben jetzt, muss ich mal gucken, 50 Euro gekostet. Aber ich habe ja gesagt, es gab 30% Rabatt. Und da musste ich halt zuschlagen. Ich finde den Ring richtig schick. Dann hat der liebe Daniel, als er in Disneyland war. Also jedes Mal kommt irgendwie ein neuer Name dazu. Ich habe mir diesen Elsa-Pin gekauft. Das ist so eine Art Sicherheitsnadel, sieht das aus. Und perfekt für die neue Frozen Season ab Januar. Bild seht ihr hier nochmal genauer. Und der hat 10 Euro gekostet, aber Daniel hat ja auch Rabatt. Dann gab es, als ich Mitte des Monats da war, gab es 30% auf diese tollen Lebkuchen-Plüschis. Die gibt es mittlerweile nicht mehr mit 30%, was ich nicht so ganz verstanden habe. Irgendwie Mitte des Monats gab es dann 30% und dann irgendwie nicht mehr. Naja, strange. Auf jeden Fall kosteten die 20 Euro. Dann gab es die normalen Sale 30% und dann hatte ich, glaube ich, noch 20% Rabatt mit meiner Jahreskarte bekommen. Also ich glaube jetzt so 11, 12 Euro haben sie am Ende gekostet. Und dafür sind sie wirklich süß. Und ja. Dann musste auch das neue Kuscheltier von Frozen mitkommen. Bruni, der Salamander. Den gab es eine Zeit lang auch nicht. Der war ausverkauft. Aber den gibt es jetzt wieder. Und der kostet 13 Euro Originalpreis. Und ich finde ihn wirklich süß. Habe auch schon ganz viele Bilder mitgemacht. Und der kommt auch wieder mit im Januar zur Frozen Season. Hallo, ich bin Bruni. Ich glaube, der redet gar nicht. Aber das ist ja dieser Feuer-Elemente-Salamander. Genau. Die ganz süß. Hallo. Ist ja wie der schlafende Sven irgendwie. Der war richtig begehrt. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile den schlafenden Sven wieder gibt. Ich hoffe es mal. Weil er ist wirklich sehr begehrt. Aber Bruni gibt es mittlerweile wieder. Aber mal sehen, wie lange. Bei Disney weiß man das nie so genau. Irgendwie kalkulieren die immer. Komisch. Dieses komische Pferd. The Nock heißt es, glaube ich. Das gibt es ja tonnenweise. Aber es will auch irgendwie keiner haben. Es ist auch irgendwie komisch, das Kuscheltier. Egal. Andere Geschichte. Dann habe ich ja eben gesagt. Ich habe mir ja noch einen zweiten Spirit-Josey gekauft. Und zwar kam eine neue Collection. 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 Im Disneyland raus. Kurz vor dem Annual Pass Event. Wo wir da waren. Und zwar die Belle of the Bronze. Kollektion. Sieht man hier den Ärmel nicht. Genau. Also es ist ein schwarzes Spirit-Jersey. Und in Bronze. So steht dann hinten. Sieht richtig cool aus. Disneyland Paris. Und unten ist noch so. Gesprenkel. Viele sagen es sieht aus wie. Wenn man auf der Toilette war. Und es einem nicht so gut geht. Ich finde es nicht. Ich finde es richtig schick. Aber es ist auch Geschmackssache bei den Spirit-Jerseys. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Vom Schnitt her. Und ja. Ich liebe sie. Ich sammle sie ja gewünscht. Ja. Ich weiß. Sie sollen noch ein Spirit-Jersey-Hall sozusagen machen. Ein Show-Off. Wo ich alle meine Spirit-Jerseys zeige. Aber wie bei den Ohren kommen irgendwie jeden Monat noch neugier zu. Aber ich habe mir das vorgenommen zwischen Januar und April. Irgendwann war ich zwischen Januar und April noch kein Disneyland Paris Trip geplant habe. Ob ich das durchhalte, weiß ich nicht. Aber im März bin ich ja in Shanghai und in Hongkong. Vielleicht halte ich es ja dadurch. Ein paar Monate auf Entzug. Und ja. Da ich dann trotzdem Videos hochladen will, habe ich mir schon einiges überlegt. Und dazu gehört einmal ein Ohren-Video. Wo ich alle meine Ohren zeige. Und auch ein Spirit-Jersey-Hall sozusagen. Wo ich alle meine Spirit-Jerseys zeige bis dahin. Ja. Also. Bell of the Bronx. Spirit-Jersey. Plus passende Ohren dazu. Es gibt auch den passenden Lounge-Fly-Rucksack dazu. Aber wie ich eben gesagt habe. Die meisten Lounge-Fly-Rucksäcke sind klein. Und finde ich sehr unpraktisch für den Park. Und ansonsten zieht man die jetzt nicht so oft an. Aber ich finde auch den Wunder wunderschön. Und wer mit der Größe klarkommt. Und gerne. Also wie gesagt. Ich finde ihn wunderschön. Aber das sind die passenden Ohren. Und die kosten Originalpreis 23 Euro. Diese Sparkling-Ohren sind etwas teurer geworden als im Disneyland. Und am Anfang des Monats. Oder was Ende letzten Monats. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich sie erst im Dezember bekommen. Die liebe Nadine war im Disney Store in London. Und hat diese coolen Weihnachts-Rentie-Ohren gekauft. Die haben 20 Euro gekostet am Ende. Und ich finde die wirklich super süß. Die sollten sie auch ins Disneyland schaffen. Also warum die es dann nicht ins Disneyland geschafft haben, verstehe ich auch nicht. Weil die sind wirklich sehr, sehr süß. Genau. Kleine Rentie-Ohren. Danke Nadine. So machen wir mit den Weihnachtsgeschenken weiter. Erstmal zeige ich euch, was ich Debbie geschenkt habe. Falls euch interessiert, wie unsere Bescherung ablief. Verlinke ich das Video bei dem i. Wir haben uns nämlich gefilmt beim Bescheren. Und ich zeige euch erst mal, was ich ihr gekauft habe. Aber was ich mir auch gekauft habe. Wir sind ja der Zwilling hoch 10. Und da musste ich einige Sachen mir auch kaufen. Und zwar einmal dieses Schmuckset. Ich blende auch jetzt wieder ein Bild ein. Die Preise nenne ich jetzt übrigens nicht. Und von den anderen Geschenken, die ich bekomme, weiß ich die Preise jetzt leider auch nicht. Aber da nenne ich den Preis nicht. Weil Debbie guckt so. Und dann würde sie wissen, was es gekostet hat. Also einmal dieses Schmuckset. Das habe ich auf Mallorca gekauft. In den Business Store. Finde ich richtig schick. Passend, so ist es einmal Rosé-Golden Mini und Silber Mickey mit Glitzer und die passenden Ohrringe. Richtig schick. Und dann habe ich hier dieses von Merci Handy. Das sieht richtig cool aus. Ich packe es gleich mal aus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Fünf verschiedene Handdesinfektionsmittel im Prinzessinnen-Look. Und dazu gibt es noch einen Halter im Schloss-Look. Und ich packe es jetzt mal aus und zeige euch einen Bein. So sieht dieser Halter aus in der Schloss-Optik. Den kann man dann an die Tasche hängen oder so. Ganz praktisch. Und dann habe ich jetzt hier Belle reingepackt. Und ich weiß nicht, ob die jetzt verschiedene Düfte haben. Ich denke mal schon. Aber ich finde die Idee ganz cool. Man braucht ja immer Destiny-Wechselungsmittel im Disneyland. Man weiß ja nie. Und ich fand die ganz praktisch. Ich habe die bei der Brina auf Instagram gesehen. Schon weit im Oktober oder so. Ich habe das relativ früh gekauft. Aber konnte es vorher nicht zeigen. Sie wüsste, hätte Debbie einmal gesehen. Also auch wenn ich gesagt hätte, sie hätte es für mich gekauft. Dann hätte sie gesagt, ich würde es auch haben. Kauft sie sich selbst. Deswegen musste ich warten. Bis zur Bescherung. Das gleiche mit Geburtstagsgeschenken. Die hat ja jetzt am Silvester Geburtstag gehabt. Und kriegt aber ihre Geschenke erst am 4., weil sie da feiert. Und die zeige ich euch dann, weil ich habe auch was gekauft. Also ich habe ihr was gekauft, was ich mir auch gekauft habe. Das zeige ich euch dann im Januar Haul. Genau. Könnt ihr euch gespannt sein. Ich finde es richtig, richtig schick. Ja, also einmal diese Desinfektionsmittel beim S-Handy. Falls ich den Link noch finde, packe ich euch den unten in die Infobox. So, machen wir mal weiter mit den Geschenken, die ich geschenkt bekommen habe. Einmal von meiner besten Freundin. Dann dieses coole Moni-Maus-Shirt. Das passt ja perfekt eigentlich zur Belle of the Bronx-Kollektion. Ich gebe das nämlich auch mal mit ins Disneyland und mache mal ein Foto mit. Finde ich richtig cool. Also sie hat mir, der Hauptteil der Geschenke war nicht Disney. Und jetzt, ich zeige euch aber jetzt mal die Disney-Sachen. Dann ein Mini-Maus-Eiskratzer. Ich wohne ja auf dem Dorf und hier muss man gefühlt fast jeden Tag kratzen im Winter. Richtig cool. Und dann noch so Nagel-Sticker für die Nägel. Mit verschiedenen Mickey und Minnie-Optionen. Also Stickern. Dann gab es auch noch ein Geschenk von der lieben Nadine. Und zwar einmal diese Mickey und Minnie Weihnachts-Haarklammern. Richtig süß. Ich habe es sogar schon überlegt mir. Ich habe es ja auch bei Shop Disney gesehen. Und wollte es mir eigentlich auch kaufen, aber habe es nicht zum Glück. Dann gab es diese coole Keksdose. Da ist jetzt schon was Süßes drin. Und in der Keksdose war die Minnie-Maus-Primack-Mütze drin. Genau. Die hat, also sie war ja in London. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sie dann auch in London gekauft hat. Weil sie hat uns gesagt, ja, sie hat die letzte gekauft. Und warum sage ich uns? Weil Debbie die auch bekommen hat. Und jetzt haben wir die Überraschung gehabt. Und sie hat uns die zu Weihnachten geschenkt. Dann hat der liebe Tom uns, ja, Debbie, wir sind ja die Zwillinge. Wir kriegen uns als gleich. Hat uns der liebe Tom diesen coolen Pullover gekauft. An der Seite steht Mickey Mouse. Und ja, ich finde ihn richtig süß. Die Farbe ist ja ein... Rosa ist ja meine Lieblingsfarbe. Und ja, vielen Dank lieber Tom. Und zum Schluss zeige ich euch das Geschenk von meiner lieben Disney-Twin-Schwester Debbie. Sie hat mir einmal diese süße Schneekugel geschenkt mit Mickey und Minnie. Genau. Das ist meine erste Schneekugel. Ich habe noch keine Schneekugel. Und ich finde die wirklich süß. Ich habe die Jahreszahl drauf. 2019. Das ist ja das Jahr, an dem wir uns kennengelernt haben. Es fühlt sich zwar schon an wie eine Ewigkeit. Aber wir haben uns erst dieses Jahr kennen... Also, nee, letztes Jahr. 2020. Wir haben uns erst letztes Jahr kennengelernt im Mai. Und ja, es hat wirklich eine Freundschaft fürs Leben entstanden. Und das symbolisiert so ein bisschen das Jahr. Finde ich ganz cool. Und ja, Mickey und Minnie sehen richtig schick aus. Dann hat sie mir diesen Pullover geschenkt. Der ist von Primark. Weil ich habe ihn selbst im Primark gesehen, aber ihn mir nicht gekauft. Und zwar in Bonn habe ich ihn gesehen. Da stand aber davor und dachte, hm, ja, nein, vielleicht. Aber es hat sie mir ein Geschenk. Und zwar, der hat auch so eine coole Kapuze hinten. Ich mag den Stil und er ist halt so ein bisschen zurückhaltender. Und ja, richtig schick. Dann hat sie mir Socken geschenkt aus dem Action. Ich war ja noch nie in diesem Laden. Und Größe, nochmal zur Betonung, 31 bis 34. Sie ist der Meinung, es passt. Also sie hat größere Füße und sie meinte, ihr passen sie auch. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht anprobiert. Ich muss erst mal waschen. Aber Mini-Weihnachtssocken. Ich finde sie richtig schick. Ich muss noch anprobieren, ob sie passen. Ja, dann hat sie mir noch Kekse geschenkt. Die sind wohl auch aus dem Action. Ich muss mal in diesen Laden. Wir haben auch einen Action hier. Das kann ich mir mal... Bei YouTube gibt es ja ganz viele Action-Halls. Aber ich habe noch keinen angeguckt. Und dann hier so süßes... So kleine Essdinger aus dem Disneyland Genie, glaube ich. Und wenn die Dose leer ist, kann man da was anderes reintun. Dann ein Armband. Ein Freundschaftsarmband. Sie hat nämlich das Gleiche. Ihr seht beide Armbänder hier auf dem Bild. Da ist ein kleines M drauf. Für Moni Maus. Ich habe es erst nicht verstanden. Ich dachte, M für Miki. Nein, für Moni Maus. Und sie hat ein D drauf. Und dann noch dieses super schöne Bildcollage. Mit drei super schönen Bildern von uns. Das ist ja eines meiner Lieblingsbilder. Mit der Grinsekatze. Da sehen wir beide umwerfend cool aus und toll. Und dann noch zwei Selfies mit meinem Handy. Der steht ja total auf meine Selfies von meinem Handy. Ich habe ja ein Huawei P30 Pro. Und das macht richtig, richtig coole Selfies. Und da mussten natürlich dann auch zwei Selfies drauf. Ja, das waren meine, mein Dezember Haul. Meine Weihnachtsgeschenke von Disney. Und ja, war wieder einiges dabei. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Wünsche euch einen tollen Januar. Ich bin ja jetzt zur Frozen und Star Wars Season im Januar. Werdet ganz viele Videos bekommen. Ich bin sehr gespannt auf die neue Frozen Parade. Ja, mit dem größten Wagen, den es je gab im Disneyland Paris. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und ansonsten, ja. Schönes neues Jahr nochmal. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Musik